Mit einem klaren Bekenntnis zu Walter Kogler beendet der Vorstand des FC Wacker Innsbruck die laufende Trainerdiskussion. Nach dem verpatzten Saisonstart ist Kritik am Wacker-Trainer, der in der fünften Saison die Mannschaft betreut, laut geworden. Jetzt hat der Vorstand bei einer gemeinsamen Aussprache mit Trainer Walter Kogler und Sportdirektor Oliver Brulow offene Punkte ausdiskutiert. Jetzt will der Vorstand gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans eine erfolgreiche Saison bestreiten und auch die Vorbereitungen für das 100-jährige Jubiläum treffen. Bereits am Samstag will sich der FC Wacker Innsbruck beim Schlagerspiel gegen den FC Red Bull Salzburg um 18.30 Uhr von seiner besten Seite zeigen. Spielpartner für das Schlagerspiel ist die Hypo-Tirol-Bank. Der FC Wacker Innsbruck würde sich über eine breite Unterstützung der heimischen Fans freuen.